Kommt der Tag unserer Heimsuchung am 22. Mai 2022? Diese Frage möchte ich mit euch heute gerne studieren. Wenn wir ein prophetisches Datum sehen, kriegen die meisten von uns gleich Bauchschmerzen. Aber gucken wir uns doch einmal an, was der Geist der Weissagung darüber 1888 geschrieben hat. Die Welt stellte die gesamte Zeitverkündigung auf dieselbe Stufe und nannte sie eine Wahnvorstellung, Fanatismus und Ketzerei. Ist das nur die Welt oder vielleicht auch manchmal wir? Seit 1844 habe ich immer wieder bezeugt, dass wir uns jetzt in einer Zeitperiode befinden, in der wir auf uns selbst aufpassen müssen, damit unsere Herzen nicht mit Fresssucht und Trunkenheit und den Sorgen dieses Lebens überladen werden und jener Tag unversehens über uns kommt. Wir befinden uns in einer Position des Wartens und Beobachtens, ohne dass zwischen dem Ende der prophetischen Perioden im Jahr 1844 und der Zeit des Kommens unseres Herrn eine Zeitverkündigung liegt. Also da sind prophetische Perioden vor 1844 und um die Zeit des Kommens Christi. Es gibt zwei Perioden. Wir kennen weder den Tag noch die Stunde. Noch wissen wir, wann der endgültige Zeitpunkt ist. Und doch zeigt uns die prophetische Rechnung, dass Christus vor der Tür steht. Wir wissen nicht den Tag und die Stunde des Kommens Christi. Aber da ist eine Zeitperiode vor dem Kommen Christi, die wir verstehen sollten. Wann kommt der Tag unserer Heimsuchung? Christus sprach darüber. Er sagte, und wie es in den Tagen Noas zuging, so wird es auch in den Tagen des Menschensohnes sein. Und was war bei Noah? Da wird gesagt, an eben demselben Tage war Noah in die Arche gegangen. Und eben diesen selben Tage, den müssen wir studieren. So wollen wir diese Zeit studieren und gucken, was das Gesetz und das Zeugnis darüber zu sagen hat. Aber bevor wir das tun, wollen wir unser Haupt neigen zu einem Gebet. Großer Gott im Himmel, wir möchten dein Wort studieren und verstehen über diesen eben an demselben Tage, den Tag der Heimsuchung, was du damit gemeint hast. Und so bitten wir dich um deinen Heiligen Geist, um dieses richtig zu verstehen. Habe Dank dafür im Namen Jesu. Amen. Hier ein Zitat zum Nachdenken vom großen Kampf, wobei ich darauf hinweisen möchte, dass meine Zitate direkt aus dem Englischen übersetzt wurden und die Quellenangaben die englischen Stellen sind. Diese wunderbare Geschichte von Bethlehem, wie sie unseren Unglauben, unseren Stolz und unsere Selbstgenügsamkeit zurechtweist. Wie sie uns warnt aufzupassen, damit wir nicht durch unsere kriminelle Gleichgültigkeit die Zeichen der Zeit verkennen und deshalb nicht den Tag unserer Heimsuchung wissen. Wir sollen also den Tag unserer Heimsuchung wissen. Jesaja spricht über den Tag der Heimsuchung. Im 10. Kapitel lesen wir, Wehe den Schriftgelehrten, die ungerechte Gesetze machen und die unrechtes Urteil schreiben, auf dass sie die Sache der Armen beugen und Gewalt üben am Recht der Elenden unter meinem Volk, dass die Witwen ihr Raub und die Weisen ihre Beute sein müssen. Was wollt ihr tun am Tag der Heimsuchung und des Unglücks, das von fern kommt? Zu wem wollt ihr fliehen um Hilfe und wo wollt ihr eure Ehre lassen? Oder Micha, da heißt es, der Tag deiner Wächter, deiner Heimsuchung ist da. Jetzt wird ihre Bestürzung kommen. Verlasst euch nicht auf den Nächsten, vertraut dem Verwandten nicht. Bewahre die Pforte deines Mundes vor der, die in deinen Armen liegt. Es geht hier also besonders um die Wächter. Wir wissen ja von Hesekiel 9, dass das Gericht Gottes am Haus Gottes beginnt und dabei den Ältesten. Jeremia spricht auch über die Heimsuchung. Im 29. Kapitel lesen wir, Denn also spricht der Herr, wenn die 70 Jahre für Babel gänzlich erfüllt sind, so will ich euch heimsuchen und mein gutes Wort, euch an diesen Ort zurückzubringen, ausführen. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Ja, das brauchen wir zur Zeit. Im 50. Kapitel klingt es etwas anders. Er wirkt alle ihre Rinder, führt sie hinab zur Schlachtbank. Wehe ihnen, denn der Tag ist gekommen, die Zeit ihrer Heimsuchung. Man hört ein Geschrei der Flüchtigen und derer so entronnen sind aus dem Lande Babel, auf das sie verkünden zu zieren die Rache des Herrn, unseres Gottes, die Rache seines Tempels. Ist das vielleicht das Ende der Gnadenzeit, was hier verkündigt wird? Als Noah in die Arche stieg, war es auch das Ende der Gnadenzeit für die damalige Welt. Und wir lesen darüber in 1. Mose 7. Und es begab sich nach den sieben Tagen, dass die Wasser der Sintflut auf die Erde kamen. Im 600. Lebensjahr Noas, am 17. Tage des zweiten Monats, an dem Tag, brachen alle Quellen der großen Tiefe auf, und die Fenster des Himmels öffneten sich, und es regnete auf die Erde 40 Tage und 40 Nächte. Am eben denselben Tage war Noah in die Arche gegangen, mit Sem, Ham und Japheth, seinen Söhnen und seinem Weibe und den drei Weibern seiner Söhne. Und das eben demselben Tage, das müssen wir jetzt studieren, um das zu verstehen. Im Grundtext ist es das Wort Essem, das benutzt wird. In der Konkordanz lesen wir dazu, dass das Wort die Bedeutung Knochen hat oder auch Substanz. Und es wird an den meisten Stellen als Knochen übersetzt, aber auch an einigen Stellen im Englischen als Self-Same. Das ist im Deutschen wie eben demselben Tage. In der King James Übersetzung im Englischen finden wir dieses 13 Mal. Im Deutschen gibt es da leichte Variationen zu dem Wort dann, aber beim ersten Mal geht es, handelt es sich um Noah, als er in die Arche geht, am zehnten Tag des zweiten Monats. Dann finden wir das im ersten Mose 17 bei Abraham. Und es weist auf die ungesäuerten Brote hin, also auch auf das Passafest. Beim dritten Mal im zweiten Mose 12 beim Auszug aus Ägypten. Es bezieht sich auf den ersten Tag der ungesäuerten Brote. In dritten Mose 23 finden wir es zweimal. Beim ersten Mal ist es eine Beschreibung des Tags der Webegabe, der auch zum Fest der ungesäuerten Brote gehört. Und beim zweiten Mal eine Beschreibung von Pfingsten, was auch als Wochenfest beschrieben wird. Beides Mal wird es als eine ewig gültige Ordnung dargestellt. In 5. Mose 32 handelt es sich um den Tag, an dem Mose starb. Und Mose stirbt hier als Typ für Christus. Christus ist unser Passalam und von daher passt das auch dazu. Dann wird das Wort an eben demselben Tag im Joshua benutzt. Und da trifft Joshua den Fürsten über das Herr, das Herrn. Und das ist der erste Tag der ungesäuerten Brote und gleichzeitig auch der Tag der Webegabe, wenn man das im Zusammenhang studiert. Und das letzte Mal wird es im Hesekiel 40 benutzt. Und da sieht Hesekiel eine Vision von einem Mann, der aus Erz ist, also wahrscheinlich Christus. Und da geht es um die Messung des Tempels, also um das Gericht der Lebenden sehr wahrscheinlich. Und das ist am 10. Tag des Monats, am Beginn des Jahres wird es gesagt. Hier nochmal ein kurzer Überblick über die Feste. Im Frühjahr haben wir das Passafest mit dem Fest der ungesäuerten Brote, dem Schwenken der Erstlingsfrüchte, was auch als Webegabe bezeichnet wird. Und das Fest fängt am 14. des ersten Monats oder des zweiten Monats an, worüber wir später hören. Und ja, die Heiligen Tage sind der 15. und 21. des entsprechenden Monats. Dann im späten Frühjahr ist das Wochenfest oder auch Pfingstfest, das sieben Wochen nach der Webegabe gefeiert wird, am Tag nach dem Sabbat. Und ein Hinweis ist für den Beginn der Weizenernte, was auch ein Symbol für die Gläubigen der untergehenden Welt dann ist, während die Gerstenernte bis dann beendet ist und ein Symbol für Gottes Volk darstellt. Im Herbst ist das Fest der Posaun am 1. des siebten Monats, der Versöhnungstag am 10. des siebten Monats und das Laubhüttenfest beginnt am 15. des Monats mit einer heiligen Versammlung und der achte Tag, dann ist auch wieder eine heilige Versammlung und ja, bedeutet, dass die Traubenernte zu Ende gekommen ist und das ist auch ein Symbol dann für die Ungläubigen in dem Fall. In 2. Mose 12 lesen wir auch über das Fest der ungesäuerten Brote nochmal, denn eben an diesem Tag, da wird das Wort Essem benutzt wieder und Mose benutzt das gleiche Wort auch im 4. Mose 9, wenn er über die Ordnung vom Passafest nochmal redet. Das gleiche Wort benutzt er, dass kein Knochen an ihm, also an dem Passalam gebrochen werden soll und das Wort für Knochen ist auch Essem. Also ganz klar ein Hinweis darauf, die Verbindung zwischen dem Festtag und dem Opfertier. Im dritten Volumen von Spiritual Gifts lesen wir, dass schon nach dem Sündenfall ein System eingeführt wurde, das das Opfern von Tieren verlangte. Und dann heißt es im nächsten Abschnitt, Adam lehrte seinen Nachkommen das Gesetz Gottes, das von Generation zu Generation an die Gläubigen weitergegeben wurde. Das Gesetz wurde von Noah und seiner Familie bewahrt, die wegen ihrer guten Taten durch ein Wunder Gottes in der Arche gerettet wurden. Noah lehrte seinen Nachkommen die zehn Gebote. Von Adam an bewahrte der Herr ein Volk für sich, in dessen Herzen sein Gesetz war. Von Abraham sagte er, er gehorchte meiner Stimme und hielt meinen Auftrag, meine Gebote, meine Satzungen und meine Gesetze. Also schon Adam hat weitergegeben die Satzungen, nicht nur die zehn Gebote, sondern die ganzen Satzungen, die mit den Opfern von Tieren verbunden waren. Auch lesen wir, diese Satzungen wurden ausdrücklich gegeben, um die zehn Gebote zu schützen. Sie waren keine schattenhaften Typen, die mit dem Tod Christi vergehen würden. Sie sollten für die Menschen in jedem Zeitalter verbindlich sein, solange die Zeit währt. Und dann etwas später, auch vom Review und Herald jetzt wieder, um den Willen seines Vaters durchzusetzen, wurde Christus zum Urheber der Satzungen und Gebote, die durch Mose dem Volk Gottes gegeben wurden. Christen, die Christus preisen, sich aber gegen das Gesetz der jüdischen Kirche stellen, stellen Christus gegen Christus. Und ja, hier ein Kurzteil von den Satzungen. Manche sind uns davon bekannt, manche weniger. Das Verbot von Fett und Blut zu essen oder Alkohol zu trinken, Unreines zu essen, dann gehören zu den Satzungen die Feste, die Sabbatjahre, Jubeljahre, das Geben vom Zehnten und auch Kreuzung oder Hybridisation. In 3. Mose 19, Vers 19, lesen wir über diese Hybridisation. Meine Satzung sollt ihr beobachten. Du sollst bei deinem Vieh nicht zweierlei Arten von sich begatten lassen. Also man soll nicht zwei Arten mischen. Also nicht die Gene, die DNA oder MNA von einer Sorte mit der anderen mischen. Und ja, was ist mit der Impfung passiert? Da hätten sich viele Menschen viel Leid ersparen können. Und in 2. Mose 15, 26, lesen wir auch, wirst du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchen und tun, was vor ihm recht ist und seine Gebote zu Ohren fassen und alle seine Satzungen halten. So will ich der Krankheiten keine auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe. Denn ich, der Herr, bin dein Arzt. Ja, alle Satzungen, auf sie wird darauf hingewiesen dabei. Kurz vor seiner Kreuzigung im Jahr 31, wies Christus auf die Zeit des Endes hin. Und er sagte, wie es in den Tagen Noas zuging und in den Tagen Lotz. Und da heißt es dann im Vers 30 von Lukas 17, gerade so wird es sein an dem Tage, da das Menschensohn geoffenbart wird. Wir lesen darüber. Den Bewohnern der alten Welt wurde 120 Jahre lang die Botschaft der Warnung geschickt. Aber es entsprach nicht ihrer Neigung, diese Warnung zu beherzigen. Deshalb wandten sie sich von der Botschaft der Wahrheit ab, die Gott ihnen schickte. Es war in ihrem Interesse, diese Botschaft zu beherzigen und eine Zuflucht vor dem kommenden Sturm des Zornes Gottes zu finden. Und in 2. Petrus 2 lesen wir, Gott verschonte die Engel, die gesündigt hatten, nicht. Und er schonte die alte Welt auch nicht, sondern nur Noah. Und auch die Städte Sodom und Gomorra äscherte er ein, womit er sie zukünftigen Generationen zum Beispiel setzte. Hier ein Zitat vom großen Kampf. Christus erklärt, dass es einen ähnlichen Unglauben bezüglich seines zweiten Kommens geben wird. Wie die Menschen zur Zeit Noas nicht wussten, bis die Sintflut kam und sie alle wegraffte, so wird auch die Ankunft des Menschensohnes sein, wie unser Heiland sagt. Dann wird plötzlich, wie ein Blitz vom Himmel, das Ende ihrer hellen Visionen und trügerischen Hoffnungen kommen. Hier nochmal von Spiritual Gifts, Volume 3. Wenn aber eine Sünde über die andere erhaben war, die die Vernichtung der Rasse durch die Flut erforderte, dann war es das schändliche Verbrechen der Verschmelzung von Mensch und Tier, das das Bild Gottes verunstaltete und überall Verwirrung stiftete. Gott hatte die Absicht, dieses mächtige, langlebige Volk, das seinen Weg vor ihm verdorben hatte, durch eine Flut zu vernichten. Sind wir da jetzt wieder angekommen mit der Impfung? Einige Seiten weiter von der gleichen Quelle. Alle Tierarten, die Gott geschaffen hatte, wurden in der Arche bewahrt. Die vermengten Arten, die Gott nicht geschaffen hatte und die das Ergebnis einer Verschmelzung waren, wurden durch die Flut zerstört. Seit der Sintflut hat es eine Verschmelzung von Mensch und Tier gegeben, die man an der schier endlosen Vielfalt der Tierarten und an bestimmten Menschenrassen sehen kann. Da sind also Veränderungen aufgetreten, die nicht hätten sein müssen. Hier noch ein kurzer Bericht, über was sich ereignete, kurz bevor die Flut kam. Die Zeit ihrer Gnadenzeit neigte sich dem Ende zu. Die Arche wurde genauso fertiggestellt, wie Gott es angeordnet hatte. Er hatte große Mengen an Nahrung für Mensch und Tier eingelagert. Das ist also Noah. Und jetzt, die Engel gingen vor den Tieren her. Sieben Tage lang kamen die Tiere in die Arche und Noah ordnete sie an den für sie vorbereiteten Plätzen an. Dann war alles bereit für das Verschließen der Arche. Und wir lesen, die spöttische Schar sieht einen Engel vom Himmel herabsteigen, der mit einem Glanz wie ein Blitz bekleidet ist. Er verschließt die massive Außentür und fliegt dann wieder in den Himmel hinauf. Sieben Tage war die Familie Noas in der Arche, bevor der Regen auf die Erde herabkam. In dieser Zeit bereiteten sie sich auf ihren langen Aufenthalt vor, wenn das Wasser auf der Erde sein sollte. Und es waren Tage, in denen die ungläubige Menge lästerte und sich amüsierte. Sie dachten, weil sich die Prophezeiung Noas nicht unmittelbar nach dem Betreten der Arche erfüllte, dass er sich getäuscht hatte und dass es unmöglich sei, dass die Welt durch eine Flut zerstört werden könnte. Und dann geschah es an eben demselben Tage, Essem, dass es 40 Tage begann zu regnen auf Erden. Und das war am 17. Tag des zweiten Monats. Warum des zweiten Monats? Wir lesen in 4. Mose 9 darüber, wenn jemand unrein an einem Toten oder fern über dem Feld ist, also auf langer Reise war, dann soll er dennoch dem Herrn ein Passer halten, aber im zweiten Monat am 14. Tage gegen Abend und soll es neben ungesäuertem Brot und bitteren Kräutern essen. Und er soll dem Tier kein Weinbrand zerbrechen. Also wieder das Wort Essem, was wir auch immer wieder im Zusammenhang mit dem Passerlamm und Passerfest gefunden haben. Und im Vers 13 lesen wir, wer aber rein und nicht überfällt ist und lässt es anstehen, das Passer zu halten, dessen Seele soll ausgerottet werden von seinem Volk. Darum, dass er seine Gabe dem Herrn nicht gebracht hat zu seiner Zeit. Er soll seine Sünde tragen. Diese Satzung soll euch gleich sein, dem Fremden wie des Landes Einheimischen. Warum hat Noah nun das Passer im zweiten Monat gefeiert? Noah war unrein, weil er Methusala, seinen Großvater, beerdigen musste. Denn wir lesen, dass der Methusala lebte bis zum Jahr der Flut. Das heißt, er muss in dem ersten Monat gestorben sein, wie auch andere Arbeiter an der Arche. Hier ist ein Ablauf, wie es bei Noah geschehen ist. Am 10. Tag des zweiten Monats, eben an demselben Tag, ging Noah in die Arche hinein. Dann muss er am 14. das Passer gehalten haben, am Abend. Und am ersten Tag der ungesäuerten Brote, was ein heiliger Tag ist, war er auch in der Arche. Und am 17. Tag begann die Flut und es ist davon auszugehen dann, dass dies der Tag der Wehbegabe gewesen ist. Warum? Das wird, glaube ich, im Verlauf der Präsentation weiter deutlich. Hier jetzt nochmal ein Ablauf vom ersten Tag, wo der Regen anfing. Das war dann der 17. Tag des zweiten Monats. Dann hat es 40 Tage insgesamt geregnet, brachte uns zum 26. Tag des dritten Monats. Und am 150. Tag heißt es, am 17. Tag des siebten Monats ruhte dann die Arche auf dem Berg Ararat. Und ich glaube, diese Tage werden auch für uns prophetische Bedeutung für die Endzeit haben. Und das möchte ich später darstellen. Als nächstes möchte ich auf den Auszug aus Ägypten eingehen. Da war die Anweisung, dass am 10. Tag des ersten Monats ein Lamm in jede Haushaltung gebracht wurde. Nachdem man es dann wahrscheinlich wirklich lieb gewonnen hat, musste es dann am 14. Tag des Monats geschlachtet werden. Und das Blut wurde dann dazu benutzt, um die Türpfosten und die obere Schwelle zu bestreichen, damit der Würgelengel an einem vorüber geht. Diese ganze Erfahrung wohl ein Hinweis darauf, dass man es mit der Sünde nicht so leicht nehmen soll. Denn Christus musste mit seinem Leben für unsere Sünden schuld zahlen. Nach Sonnenuntergang des 14. Tages, also zu Beginn des 15. Tages, wurde dann dieses Lamm gegessen, mit ungesäuertem Brot und bitteren Kräutern. Und das war dann auch die Nacht, wo der Würgeengel die Erstgeburt in Ägypten erschlug, wenn er kein Blut am Hause fand. Über diesen 15. Tag des ersten Monats, dem ersten Tag der ungesäuerten Brote, lesen wir im 2. Mose 12, 41, als nun die 430 Jahre verflossen waren, an eben diesem Tag, also wieder das Wort Essem, ging das ganze Heer des Herrn aus Ägypten. Und dies bezieht sich auf Abraham, der in Haran den Ruf bekam, von Gott aus Haran rauszuziehen. Und das war, als er 75 Jahre alt war. Und offensichtlich geschah dies dann auch am ersten Tag der ungesäuerten Brote, als Gott mit ihm kommunizierte. Der siebte Tag der ungesäuerten Brote ist auch ein heiliger Tag, eine heilige Versammlung und das muss der Tag gewesen sein, wo sie durchs Rote Meer gezogen sind. Aber das Studium sprengt auch diesen Rahmen. Hier kommen wir jetzt zurück zum Abraham, wo wir schon gesagt hatten, dass er Besuch hatte im Alter von 75 Jahren und den Auftrag bekam, aus Haran zu ziehen. Und jetzt ist er 99 Jahre alt und Gott schließt mit ihm einen Bund, den er mit Isaac aufrichten will, den dir Sarah, so heißt es, um diese bestimmte Zeit, und das Wort da ist Moed, im anderen Jahr, also im nächsten Jahr, gebären soll. Und dann lesen wir später, dass er an dem gleichen Tag dann sein, alles männlich in seinem Haushalt einschließlich Ismael beschnitt. Das Wort Moed deutet darauf hin, dass es ein, ja, eine vereinbarte Zeit, ein Treffen ist und dass es eine heilige Zeit ist, ein festgelegtes Fest, ein bestimmtes Zeichen oder ein Signal sein soll. Am Ende bei dieser Beschneidung lesen wir, dass es an eben demselben Tag es geschehen ist und das war eine bestimmte Zeit, eine Festzeit, es ist also das erste Fest in dem Jahr gewesen. So lesen wir dann einige Verse weiter, am Anfang des nächsten Kapitels, dass Abraham als der Tag am heißesten war, hohen Besuch bekam, daher erschien ihm mit drei, insgesamt drei Männer und bestätigt dann zur bestimmten Zeit, also Moed, zur Festzeit, will ich wiederkommen zu dir im nächsten Jahr und Sarah wird einen Sohn haben. Also es kann sich hier nur um einige Tage gehandelt haben. Aufgrund des hohen Besuchs wird ein Kalb geschlachtet und ein Brot gebacken und die Füße gewaschen. Wobei der Herr Abraham selbst besuchte, hat er wahrscheinlich ein Kalb gewählt und kein Lamm, weil das ein hoher Besuch war. Am Abend dann gehen zwei Männer, ja die Engel weiter nach Sodom, während Abraham erklärt wird, was in Sodom passieren soll und Abraham dann Fürbitte leistet für die Menschen in Sodom. Lot, der an dem Abend dann im Tor sitzt, der lädt diese Männer ein, für eine Fußwaschung in sein Haus zu kommen und sie lassen sich dann auch breitschlagen und er bereitet ihnen ein Mahl und macht ungesäuerte Kuchen. Also hier auch wieder ein Hinweis darauf, dass wir es mit dem Fest der ungesäuerten Brote zu tun haben. Und in der folgenden Nacht lässt der Herr dann Feuer und Schwefel regnen auf Sodom und Gomorra. Nachdem Lot mit seinen Töchtern und seiner Frau geflohen ist, wobei seine Frau sich leider umdrehte und nicht in Anweisung folgte und zur Salzsäule wurde und im Nachhinein, Obwohl Lot nach Soa geflüchtet war, ging er dann doch in die Berge, was die Männer empfohlen hatten, weil er Angst hatte, dass Soa auch vernichtet wird. So scheint es, dass das Passa, was Lot erlebt hat und Abraham erlebt hat, dass die Zeit des Gerichts über Sodom war. Der nächste Bericht über einen Passa ist die Durchquerung des Jordan und die Eroberung Jerichos. Da heißt es dann, dass am zehnten Tag des ersten Monats das Volk aus dem Jordan heraufstieg und nachdem das alles geschehen war, wurde das männliche Volk beschnitten und sie blieben dort, bis sie heil wurden und am vierzehnten Tag hielten sie dann das Passa. Am Abend wird es berichtet. An dem Abend erscheint dann der Fürst des Heeres des Herrn dem Joshua und gibt ihm Anweisungen für die Eroberung Jerichos. Zu der Zeit, als Joshua mit dem Herrn redet, wird ihm gesagt, dass der Boden, auf dem er steht, auch heilig ist. Eine ähnliche Erfahrung wie bei Mose. An jedem Tag der ungesäuerten Brote marschieren dann alle einmal um Jericho herum und am siebten Tag, was auch wieder eine heilige Versammlung ist, marschieren sie sieben mal herum und auf dem Posaunenschall fallen dann die Mauern zusammen und die Stadt wird eingenommen. So kommen wir jetzt zur Substanz des Passafestes. Das ist die Krise und das Gericht im Leben Jesu das beginnt am 10. des ersten Monats mit dem Einzug Jesu in Jerusalem und dann feiert Christus mit seinen Jüngern das Passafest und setzt dann das Abendmahl dabei ein. Dazu lesen wir vom Leben Jesu oder Desire of Ages im Frühjahr des Jahres 31 nach Christus wurde Christus das wahre Opfer auf Golgatha geopfert dann wurde der Vorhang im Tempel zerrissen was zeigt dass die Heiligkeit und Bedeutung des Opferdienstes nicht mehr gegeben war die Zeit war gekommen in der das irdische Opfer und die Opfergabe aufhörten in einem Manuskript lesen wir dass als er nun mit seinen Jüngern das Passa aß machte er den Opfern ein Ende die 4000 Jahre lang dargebracht worden waren das heißt seit dem Sündenfall im Paradies anstelle des nationalen Festes das das jüdische Volk gefeiert hatte setzte er mit der Zeremonie der Fußwaschung und dem sakramentalen Abendmahl ein Gedenk Gottesdienst ein der von seinen Nachfolgern zu allen Zeiten und in allen Ländern gefeiert werden sollte diese sollten die Handlung Christi stets wiederholen damit alle sehen dass wahrer Dienst selbstloses Wirken erfordert ein Gedenk Gottesdienst wird normalerweise an dem Tag gefeiert wie der 11. September 2001 immer am 11. September gefeiert wird und so sollte man dies vielleicht auch am 14. oder am Abend des 14. Tages des ersten beziehungsweise zweiten Monats tun Jedes Volk hat seine nationalen Feste und so ist es auch verständlich dass Gott seine Feste hat und seine Nachfolger können dadurch bekunden dass sie zu seinem Volk gehören wenn wir natürlich die babylonischen Feste halten fragt es sich zu welchem Volk wir gehören Christus wurde dann am 15. Tag des ersten Monats gekreuzigt und das ist ein heiliger Tag der erste Tag der ungesäuerten Brote er ruhte am Sabbat Tag und stand am 17. Tag des ersten Monats auf und ging zum Vater zeigte sich als Erstlingsfrucht und das war der Tag der Wehbegabe hier die Zeitlinie nach der Auferstehung Christi am ersten Tag nachdem er beim Vater war haucht er seine Jünger an und sagt ihnen empfangt den Heiligen Geist nicht alle waren präsent muss man dazu sagen am 40. Tag dann ging er gen Himmel vorher hat er sie unterrichtet über das Reich Gottes am 50. Tag dann wurde er als hoher Priester dann in sein Amt eingeführt im Himmel 40 Tage kommen in der Bibel häufig vor nicht nur bei Noah mit dem Regen sondern auch die Fastenzeiten für Mose Elia und Jesus die ohne Nahrung und Wasser gefastet haben dann als die zwölf Kundschafter nach 40 Tagen zurückkommen muss das ganze Volk eine Entscheidung treffen und die Nineviten haben auch sich glücklicherweise nach 40 Tagen für den lebendigen Gott entschieden Christus sagte ja es wird sein wie zur Zeit Noas und dementsprechend müssen wir erwarten dass wir ähnlich gerichtet werden wie die Menschen zur Zeit Noas Christus hat gesagt dass es am Ende so sein soll wie zur Zeit Noas und wenn wir dann diesem Beispiel folgen könnte ich mir vorstellen dass das Gericht und die Krise über Gottes Volk und auch über den Rest der Welt nach einem ähnlichen Muster ablaufen wird so könnte ich mir vorstellen dass am 10. des zweiten Monats des biblischen Monats eine gewaltige Krise über die Adventisten kommen wird und wir vielleicht in den Nachrichten in aller Welt zu hören sind und das wird dazu führen dass kein Adventist mehr gesehen wird so wie es in der Loma Linda Trainstation Vision berichtet wird von Elmer M. Johnson was Ellen White gesehen hat und die Jünger verließen auch Christus und flohen vor seiner Kreuzigung sogar und versteckten sich danach für lange Zeit und ich denke es wäre bestimmt nicht verkehrt in so einer Zeit ein Passamahl zu feiern ein Abendmahl wie Christus es eingesetzt hat am Abend des 14. Tages des zweiten Monats wir sollten alle unsere Sünden aus unserem Leben entfernen damit wir ganz ein Teil Christi sein dürfen und unsere Sünden bekennen und uns voreinander demütigen in dieser Zeit bei Noah da war am 16. Tag Ruhe bei Christus wurde das Grab versiegelt und so könnte ich mir vorstellen dass an dem Tag das nationale Sonntagsgesetz in Amerika unterzeichnet wird um am nächsten Tag am 17. Tag in Kraft zu treten und das würde dann das Beginnen einer Sichtung sein und der Tag der Wehbegabe darstellen Warum ist der Tag der Wehbegabe so wichtig dass ich es so stark betone Christus als er auferweckt wurde von den Toten er ist der Erstling der Entschlafenen geworden lesen wir und im großen Kampf lesen wir die Gabe der Erstlingsfrüchte die zur Zeit des Passafestes vor dem Herrn geschwungen wurde war typisch für die Auferstehung Christi wie die Wehbegabe die das reife Korn war das vor der Ernte geerntet wurde so ist Christus die Erstlingsfrucht der unsterblichen Ernte der Erlösten die bei der künftigen Auferstehung in die Kornkammer Gottes gesammelt werden also da ist noch eine prophetische Erfüllung zu erwarten zu diesem Fest Christus hat an seinem Auferstehungstag dem Tag der Wehbegabe am Abend des Tages die Jünger getroffen und ihnen gesagt Friede sei mit euch gleich wie mich der Vater gesandt hat so sende ich euch und dann hat er gesagt empfangt den Heiligen Geist er hat sie also mit dem Heiligen Geist versiegelt und ich denke so wird er auch die 144.000 versiegeln wollen über die lesen wir in der Offenbarung das Lamm stand auf dem Berge Zion mit ihm 144.000 die seinen Namen und den Namen seines Vaters auf ihren Stirn geschrieben hatten diese sind aus dem Menschen erkauft worden als Erstlinge für Gott und das Lamm ich denke das wird der Tag sein wo das nationale Sonntagsgesetz in Amerika in Kraft tritt weil wir dann wissen dass die Endzeitereignisse laufen wir werden also versiegelt wenn wir zu den 144.000 gehören die zehn Jungfrauen werden erwachen und die Sichtung wird beginnen wir haben jetzt viel über das Fest der ungesäuerten Brote mit eben an diesem Tag SM was Knochen bedeutet gesprochen wollen aber weiter gucken nach einer anderen Terminologie und zwar zur bestimmten Zeit Moed was auch heilige Zeit und Fest bedeutet wie ich vorher gezeigt habe zum ersten Mal wird das Wort im ersten Mose 1 Vers 14 benutzt als Gott die Zeichen Zeiten Tage und Jahre gibt um den biblischen Kalender festzulegen als göttliche Institution und wie alle Institutionen die in Eden gegeben wurden sollen alle wieder zur Zeit des Endes hergestellt werden Sonne und Mond wurden gegeben um den Kalender festzulegen die Zeiten hier sind ja heilige Zeit festgelegte Feste wovon gesprochen wird das hat eine ganz besondere Bewandtnis das Wort nämlich das Wort Moed wird für Zeit in Daniel 12 Vers 7 benutzt wenn wir eine Zeit zwei Zeiten und eine halbe Zeit hören denken wir immer an dreieinhalb Jahre aber ist das dann wirklich so für Daniel 7 Vers 25 stimmt das wo gesagt wird eine Zeit zwei Zeiten und eine halbe Zeit da bedeutet das Wort ein technisches Jahr in Daniel 12 Vers 7 hat Daniel jedoch das Wort Moed gewählt was für eine feste Zeit ein heiliges Fest steht und bei dem Wort halbe kann man es auch mit Mitte übersetzen und das Wort Zeit was nach dem Wort halbe hinzugefügt wurde das steht im Grundtext gar nicht also könnte man lesen eine Zeit zwei Zeiten eine Hälfte oder Mitte also bezieht sich das möglicherweise auf zweieinhalb Feste da Juden jedoch inklusiv zählen würden sie es als drei aber die Mitte ausdrücken und wir würden es als zweieinhalb ausdrücken weil wir exklusiv zählen die Wichtigkeit des Ganzen muss uns dadurch bewusst werden dass Ellen Weid sagt dass das zwölfte Kapitel wichtig ist es ist eine Warnung die wir alle vor der Zeit des Endes verstehen müssen Ellen Weid zitiert Daniel 12 Vers 7 nur einmal und das in einem Brief den sie 1902 geschrieben hat der aber meines Wissens erst kürzlich vollständig veröffentlicht wurde und da schreibt sie diese Themen sind von äußerster Wichtigkeit er der die Welt ins Leben gerufen hat hat seine Macht und Souveränität nicht verloren und dann zitiert sie Daniel 12 Vers 7 bis 10 und heißt die Welt ist ein Theater die Schauspieler die Bewohner der Welt bereiten sich darauf vor ihre Rolle im letzten großen Drama zu spielen also sie bringt jetzt Daniel 12 Vers 7 direkt mit Endzeit Ereignissen in Verbindung und setzt es nicht in die Vergangenheit vor 1798 Wir haben eben gelesen, dass Christus seine Macht und Souveränität nicht verloren hat, aber Adam hat seine Macht und Souveränität an Satan abgetreten. Wir lesen darüber im Leben Jesu, Adams Herrschaft sollte Christus untergeordnet sein. Als Adam seine Souveränität in die Hände Satans verriet, blieb Christus dennoch der rechtmäßige König. Die Frage ist also, wann ist die Zeit, dass Christus von Satan diese Souveränität, die Adam verloren hat, wieder zurückbekommt? Und wir bekommen die Antwort darauf in Patriarchen und Propheten. Da heißt es, da Satan der Urheber der Sünde ist, der unmittelbare Anstifter aller Sünden, die den Tod des Gottessohnes verursacht haben, verlangt die Gerechtigkeit, dass Satan die letzte Strafe erleidet. Das Werk zur Erlösung der Menschen und zur Reinigung des Universums von der Sünde wird mit der Beseitigung der Sünde aus dem himmlischen Heiligtum und der Auferlegung dieser Sünden auf Satan, der die letzte Strafe tragen wird, vollendet. Das bedeutet, nachdem das himmlische Heiligtum gereinigt ist und die Sünden auf Satan gelegt sind, dann hat Christus diese Souveränität wieder gewonnen. Dazu lesen wir dann im großen Kampf. In gleicher Weise müssen sich diese Typen, die sich auf das zweite Kommen beziehen, zu dem Zeitpunkt erfüllen, der in dem symbolischen Dienst angegeben ist. Unter dem mosaischen System fand die Reinigung des Heiligtums und der große Versöhnungstag am zehnten Tag des siebten Monats statt. Das bedeutet also, dass das Heiligtum, das 1844 am Versöhnungstag, wo da die Reinigung begann, Die Reinigung dessen muss auch nach diesem Zitat am großen Versöhnungstag am zehnten des siebten jüdischen Monats geschehen. Zum Verständnis der prophetischen Ereignisse ist, glaube ich, dieses Zitat auch wichtig. Diejenigen, die in ihrem Verständnis des Wortes verwirrt sind und die Bedeutung des Antichristen nicht erkennen, werden sich sicherlich auf die Seite des Antichristen stellen. Wir haben jetzt keine Zeit, uns der Welt anzupassen. Daniel wird zu seinem Erbteil am Ende der Tage aufstehen. Die Prophezeiungen von Daniel und Johannes sind zu verstehen. Sie interpretieren sich gegenseitig. Sie geben der Welt Wahrheiten, die jeder verstehen sollte. Diese Prophezeiungen sollen Zeugen in der Welt sein. Durch ihre Erfüllung in diesen letzten Tagen werden sie sich erklären. Und dann die Botschaft, die die Botschaften des ersten, zweiten und dritten Engels kombiniert, soll der Welt weitergegeben werden. Diejenigen, die wirklich an Christus glauben, werden sich offen an das Gesetz Jehovas halten. Wir werden uns also nicht verstecken. Den Sabbat werden wir einhalten. Es ist das Zeichen der Unterscheidung zwischen Gottes auserwähltem Volk und der Welt. Christus hat schon vor seinem Tode den Christen damals, wie auch besonders für die, die in der Endzeit leben, ein Zeichen gegeben, auf das sie aufpassen sollten. Und das war der Gräuel der Verwüstung, von dem der Prophet Daniel spricht. Und das ist auch der Antichrist. Wir wissen, dass Jerusalem im Jahr 70 nach Christus durch Titus zerstört wurde. Die Zerstörung wurde schon für sieben Jahre im Voraus angekündigt. So lesen wir es im Großen Kampf im ersten Kapitel. Im Jahr 66 im Herbst stand der Zestius mit der römischen Standarte anheiliger Städte vor den Togen Jerusalems. Und das war für die Judenchristen damals ein Zeichen zur Flucht. Und so ist der Römer heute auch für uns, wenn er da steht, wo er nichts zu suchen hat, ein Zeichen zur Flucht. So wie eine Siebenjahrperiode über Jerusalem verhängt war, glaube ich, dass wir auch eine Siebenjahrperiode zum Endgericht haben, zum Gericht der Lebenden. Und ich glaube, dass die 2015 am Großen Versöhnungstag angefangen hat. Zu dem Zeitpunkt kam der Römer, Papst Franziskus, in einer von den Medien beschriebenen Wirbelsturmtour nach Amerika. Und er stand da, wo er nicht stehen sollte, im Weißen Haus, im Kongress und bei der UN. Und ja, deklarierte seine Enzykli Laudato Si', die über das Sonntagsgesetz spricht. Das war der Grund, dass viele im Frühjahr 2019 geglaubt haben, dass dann die Krise über die Adventgemeinde mit dem Nationalen Sonntagsgesetz in Amerika losgeht. Aber nichts ist geschehen. Habakkuk II weist jedoch darauf hin, dass es zu einer Verzögerung kommen sollte. Es sagt, die Weissagung wird ja noch erfüllt werden zu seiner Zeit und endlich frei an den Tag kommen und nicht ausbleiben. Ob sie aber verzieht, so harrer ihrer. Sie wird gewiss kommen und nicht verziehen. Also der Endpunkt sollte der gleiche bleiben. Von der 2300-Jahr-Prophetie aus Daniel 8, Vers 14, wissen wir, dass bei den 490 Jahren sieben Jahre abgeschnitten waren für die Juden, wobei Christus in der Mitte der letzten sieben Jahre gekreuzigt wurde. Eine Sieben-Jahr-Periode hat sich auch bei der Zerstörung Jerusalems gezeigt. 1844 begann die Reinigung des Heiligtums. Damals wurde erwartet, dass Christus zu dem Zeitpunkt wiederkommt. Aber die Milleriten hatten sich nicht im Zeitpunkt, sondern im Ereignis geirrt. Als 2019 der Ruf ausging, der Bräutigam kommt, wurde auch gedacht, dass Christus im Herbst 2022 wiederkommt. Aber ist es wirklich das, worum es geht? Die Frage ist an sich, wann wird die Reinigung des Heiligtums beendet sein? Und das wird nicht mit der Wiederkunft beendet sein, sondern mit dem Zeitpunkt, wenn Christus das Heiligtum gereinigt hat und dann die Sünden auf den Ziegenbock gelegt hat. Wir sollten also nicht auf das zweite Kommen Christi jetzt als prophetische Erfüllung warten, sondern auf die Reinigung des Heiligtums. Denn, wie wir gelesen haben, er, der die Welt ins Leben gerufen hat, hat seine Majestät in Souveränität nicht verloren. Und er muss sie wieder ganz vollkommen bekommen. Deswegen sollten wir uns Daniel 12 noch einmal ganz genau angucken. Es redet da in Daniel 12, Vers 7 von eine Zeit, zwei Zeiten, ja, eine halbe oder die Mitte einer der Zeiten. In Daniel 12, Vers 11 geht es um 1290 Tage und in Vers 12 und um 1335 Tage. 2019 habe ich mir das so vorgestellt und da dachte ich, dass am 21. April das nationale Sonntagsgesetz erlassen würde. Aber dem war nicht so. Da war eine Verzögerung. Die habe ich erst nicht verstanden, aber nicht aufgegeben. Irgendwann habe ich dann geguckt, was am 30. Mai, wo nach meiner Kalkulation die 1290 Tage hätten anfangen sollen, was da passiert ist. Und da ist tatsächlich etwas Interessantes passiert. Da bekam der Antonio Guterres, der Generalsekretär der UN, den Karlspreis in Aachen. Und in seiner Ansprache sagte er, wir begeben uns auf den Weg zu einer neuen Weltordnung, deren Ziel noch unbekannt ist. Für mich bedeuteten die 1290 Tage, dass eine neue Weltordnung beginnt. Aber vielleicht begann sie nur unterschwellig. Ich habe mir dann noch eine Liste der anderen Karlspreisträger angeguckt und da sieht man zum Beispiel Emmanuel Macron, der französische Präsident, Papst Franziskus, Angela Merkel, Papst Johannes Paul II., Bill Clinton, Henry Kissinger, sogar Konrad Adenauer und Winston Churchill sind dabei. Also ganz interessante Persönlichkeiten, die zum Großteil doch auch offen für eine neue Weltordnung kämpfen. Dann habe ich eine interessante Vision von Ellen White gefunden, die in der Spaulding & Megan Collection beschrieben wird. Die heißt The Nations, also die Nation. Und da liest man, du würdest nicht wollen, dass er hinausgeht. Wo hinausgeht? Aus dem Allerheiligsten. Wenn du deine Situation kennen würdest. Der Wunsch ist, diese Könige zu entthronen. Aber das kann nicht sein, denn Könige müssen regieren, bis Christus zu regieren beginnt. Das bedeutet also, bevor Christus die Sünden auf Satan gelegt hat, kann keine neue Weltordnung geschehen. Und dann geht es weiter. Ich habe in Europa gesehen, dass gerade dann, wenn sich die Dinge in Bewegung setzen, um ihre Wünsche zu erfüllen, ein- oder zweimal scheinbar ein Aufatmen zu beobachten war. So wurden die Herzen der Bösen beruhigt und verhärtet. Aber die Arbeit wird nicht zur Ruhe kommen, sondern nur scheinbar, denn die Gemüter der Könige und Herrscher waren darauf bedacht, sich gegenseitig zu stürzen. Und die Gesinnung des Volkes die Oberhand zu erlangen. Und dann schreibt sie noch mal, die Sünden Israels müssen vorher ins Gericht gehen. Warum? Weil das Gericht am Volk Gottes zuerst geschieht. Und dann, jede Sünde muss im Heiligtum bekannt werden. Und der letzte Satz hier, Wenn die vier Engel loslassen, wird Christus sein Reich aufrichten. Die Plagen können also erst fallen, wenn Christus sein Reich aufgenommen hat, wenn er die Sünden auf Satan gelegt hat. Könnte es also sein, dass die Zeit läuft, ohne dass wir es wissen? Wir lesen in Offenbarung 17, dass es da zehn Könige sind, die noch kein Reich empfangen haben. Und sie werden Macht erlangen für eine Stunde, zusammen mit dem Tier. Und die haben einen einmütigen Sinn und sie übergeben ihre Macht und Herrschaft dem Tier. Diese werden mit dem Lamm Krieg führen und das Lamm wird sie besiegen. Es ist also eine neue Weltordnung, nur zu erwarten für eine Stunde. Das bedeutet 15 Tage. Und das ist natürlich ganz zum Schluss dann. 2019 habe ich erwartet, dass am 14. Juni, dem Pfingsttag, die 42 Monate lange Macht des Papsttums beginnen würde. Oder die 1260 Tage. Wo ich gedacht habe, das sind dreieinhalb Zeiten. Und dann habe ich in den Nachrichten, also gefunden vom Vatikan, dass an dem Tag die ganzen Energiegiganten beim Papst versammelt waren und er eine Kohlenstoffsteuer empfiehlt und gegen die globale Erwärmung spricht und appelliert gegen die Leugner der Erderwärmung. Er hat also einen globalen Klimanotstand ausgerufen. Und der Guardian und Reuters berichten darüber an dem Tag. Knapp vier Jahre schreiben sie nach der Veröffentlichung der Enzyklae des Papstes zur ökologischen Krise Laudato Si. Und wir wissen, da geht es um Sonntagsgesetz. Und dann heißt es zum Schluss ein Kommentar. Die Erklärung des Pontifex am Freitag im Vatikan war seine bisher deutlichste Aussage zur Unterstützung der Bestrafung von Umweltsündern. Also er zeigt seine Zähne. Dann hat mich natürlich auch interessiert, was am 21. April 2019 noch passiert ist, weil das der Anfang der 1335 Tage des Wartens auf den Segen von Daniel 12, Vers 12 sein soll. Und da hat der Papst in seiner Urbi et Orbi-Ansprache zum Ostertag dann verkündet, dass Christus lebt. Und er sagt, Ostern ist aber auch der Beginn einer neuen Welt. Also er kündigt uns eine neue Welt an. Jetzt möchte ich das neue Wissen von Daniel 12, Vers 7 mit den drei Festzeiten, wovon eine nur die Mitte ist, ansprechen. Drei plus eine halbe passt nicht mehr. Das wäre dann im Herbst letzten Jahres gewesen und da ist nichts Entscheidendes passiert. Also kann es nur zweieinhalb Festzeiten sein, von denen wir reden. Wenn wir jetzt also diese Festzeiten einfügen wollen, dann sieht das Ganze so aus. Und dann erwarten wir ein nationales Sonntagsgesetz zum Zeitpunkt der Wehbegabe. Das bedeutet, dass zu dem Zeitpunkt die Gerstenernte beendet ist und die Kraft des Heiligen Volkes von da an zerschmettert wird. Christus sagt ja in Matthäus 24, dass um der Auserwählten Willen die Tage zum Schluss verkürzt würden. Ich denke, dass das die Zeit ist zwischen dem 14. Juni und dann dem nationalen Sonntagsgesetz, was in Kürze auf uns zukommen wird. Wenn ich glaube, dass 2022 das Ende der Siebenjahrperiode ist und den biblischen Kalender dann dafür angucke, dann sehe ich, dass es vom ersten Monat her schon zu spät ist für das Fest der Wehbegabe. Das wäre nämlich am 17. April diesen Jahres gewesen. Und da Christus darauf hinweist, dass es so sein soll wie in der Zeit Noas, ist der zweite Monat interessanter, weil Noah im zweiten Monat in die Arche eingestiegen ist. So wollen wir uns den zweiten biblischen Monat genauer angucken als Basis für die Feste. Und dazu ist zu bedenken, dass biblisch der Tag immer am Sonnenuntergang des vorherigen Tages beginnt. Also wenn da ein Fest ist, das beginnt immer am Vorabend. Wie der Sabbat beginnt am Freitagabend und hört bei Sonnenuntergang am Sabbat auf. In biblischen Zeiten wurde der Neumond nicht berechnet, sondern man musste ihn neu sehen. Deswegen der Name Neumond. Und so scheint für diesen Monat der erste Tag der 3. Mai zu sein. Das ist dann für den 10. Tag der 12. Mai, fürs Passafest der 16. Mai, für den ersten Tag der ungesäuerten Brote, Dienstag der 17. Mai. Wenn jemand jetzt also dem Beispiel Noas folgen würde und das Passamahl einnehmen würde zur passenden Zeit, wäre das dann der Vorabend vom 17. Mai, also der Abend vom 16. Mai nach Sonnenuntergang, da Christus das Opfer 31 nach Christus für unsere Sünden schon gebracht hat. Und er selber, nachdem er das Passamahl zu sich genommen hatte, einen neuen Dienst eingeführt hat. Das Abendmahl mit der Fußwaschung als Gedächtnismahl und Gedächtnissakrament, kann man sagen, für seinen Tod wäre das dann die passende Zeit. Der Tag der Wehbegabe fällt auf den 22. Mai, ist immer der Tag nach dem Sabbat. Und selbst wenn der Neumond einen Tag vorher oder danach sichtbar gewesen wäre, dann macht es keinen Unterschied in diesem Monat. Am Montag, dem 23. Mai, ist dann der siebte Tag der ungesäuerten Brote, was auch ein heiliger Tag ist, genau wie der erste Tag der ungesäuerten Brote. Der nächste heilige Tag, dann ist das Wochenfest oder auch Erntefest, für uns besser bekannt als Pfingstfest, was dann sieben Wochen nach der Wehbegabe stattfindet. Nicht wie jetzt in unserem gregorianischen Kalender in den Juni fällt, sondern in diesem Fall würde es dann auf Sonntag, den 10. Juli fallen. Die Feste im siebten Monat verschieben sich nicht. Das Fest der Posaunen wäre Dienstag, dem 27. September, der Versöhnungstag am Donnerstag, dem 6. Oktober. Und das Laubhüttenfest beginnt am Dienstag, den 11. Oktober und schließt mit dem achten Tag, dem großen Tag oder letzten Tag vom Laubhüttenfest, am Dienstag, den 18. Oktober. Wenn wir dann also unsere drei Festzeiten in Betracht nehmen und die Mitte des dritten Festes als Wehbegabe haben, dann ist es für den zweiten Monat, der 22. Mai, wo nach meiner Erwartung das nationale Sonntagsgesetz in Amerika in Kraft gehen würde. Wir wissen ja, dass das Werk zur Erlösung der Menschen, zur Reinigung des Universums von der Sünde zwei entscheidende Schritte beinhaltet. Das ist die Beseitigung der Sünden aus dem himmlischen Heiligtum. Und wir haben im Großen Kampf gelesen, dass das auf einen Versöhnungstag, auf den 10. des siebten Monats fallen muss. Das wäre in unserem Fall der 6. Oktober für 2022. Und dann die Auferlegung der Sünden auf Satan würde dann auf den achten Tag des Laubhüttenfestes fallen. Das ist der 18. Oktober. Und das ist dann der Tag, wo Christus der rechtmäßige König des Universums wird. Hier nochmal der Überblick über die drei biblischen Feste. Das Fest der Wehbegabe fällt in den Frühjahr. Und nachdem die Erstlingsfrüchte der Gerste geschwenkt wurden im Heiligtum, darf dann erst die Gerstenernte beginnen. Die, wie gesagt, schon ein Symbol für das Volk Gottes ist, das den Auftrag seit 1844 hatte, die Drei-Engels-Botschaft zu verkündigen. Was wir noch nicht abgedeckt haben, ist dann das Wochenfest, was auch als Pfingstfest bezeichnet wird, oder Erntefest. Das folgt sieben Wochen nach der Wehbegabe. Und in diesem Fall fällt es auf den 10. Juli, wenn wir den 22. Mai als Tag der Wehbegabe nehmen. Mit diesem Fest beginnt dann die Weizenernte. Und das ist dann die Zeit, wo der laute Ruf erscheinen sollte. Die Ausgießung des Heiligen Geistes hat stattgefunden und Christus geht zum letzten Mal ins Allerheiligste, um für die Gläubigen aus der untergehenden Welt Fürbitte zu leisten. Zu dem Zeitpunkt denke ich, dass das universelle Sonntagsgesetz in Kraft treten wird. Dazu lesen wir, Die Zeit der Prüfung steht uns bevor. Wir müssen auf den Felsen bauen, der dem Sturm der Prüfung standhalten wird. Wenn wir die Erfüllung der Prophezeiungen sehen, wissen wir, dass das Ende aller Dinge nahe ist. Stelle die ewigen Prinzipien der Wahrheit vor. Zeige auf, was nach dem Wort Gottes auf dieser Erde geschehen soll. Also die Auslegung der Prophetie im Voraus. Der Gott, der Daniel über die Schlussszenen der Erdgeschichte belehrt hat, wird das Zeugnis seiner Diener gewiss bestätigen, wenn sie zur festgesetzten Zeit den lauten Ruf geben. Also das ist eine festgesetzte Zeit. Hier wird das gleiche Wort benutzt, wie im Alten Testament für Moed eine Festzeit benutzt wird. Und das wird dann bestätigen, wenn der laute Ruf an diesem Tag erschallt, der dem Wochenfest sieben Wochen nach der Wehbegabe also geschieht. Die Botschaft wurde gegeben und es sollte keine Verzögerung bei der Wiederholung der Botschaft geben, denn die Zeichen der Zeit erfüllen sich. Das Abschlusswerk muss getan werden. Ein großes Werk wird in kurzer Zeit vollbracht werden. Bald wird auf Gottes Veranlassung eine Botschaft verkündet werden, die zu einem lauten Ruf anschwellen wird. Dann wird Daniel an seinem Platz stehen, um sein Zeugnis abzulegen. Und ich denke, das ist die Zeit, wo dann das universelle Sonntagsgesetz erlassen wird. An diesem Wochenfest ist sieben Wochen nachdem, nachdem das nationale Sonntagsgesetz in Amerika in Kraft getreten ist. Die Erfüllung dieser Prophetie wird dann in einen lauten Ruf anschwellen. Und jeder Mensch auf der Erde muss seine Entscheidung dementsprechend treffen. Hier eine kleine Korrektur zu dem, was ich gerade gesagt habe. Ich glaube, dass an diesem Tag das universelle Sonntagsgesetz in Kraft tritt und nicht erst erlassen wird. Die kleine Zeit der Trübsal in Jakob beginnt mit dem nationalen Sonntagsgesetz in Amerika. Und danach werden so viele Katastrophen weltweit geschehen, dass die ganze Welt bereit sein wird, dem Tier mit dem Ruf nach dem Sonntagsgesetz zu folgen. Und dementsprechend denke ich, dass das der Tag sein wird, wo alle Nationen dann soweit sind. Es mag sein, dass manche sogar wie Europa vorher schon das Sonntagsgesetz durchdrücken. Sollte also am 22. Mai in Amerika das nationale Sonntagsgesetz in Kraft treten, dann erwarte ich, dass am 10. Juli weltweit ein Sonntagsgesetz in Kraft ist. Das Ereignis wird dann die Prophetie von Daniel 12 bestätigen und so wird Daniel dann am Ende der Tage ja auferstehen zu seinem Erbteil. Und es wird diese Botschaft dann sein, die in einen lauten Ruf anschwellt. 31. Nach Christus wurde am 50. Tag der Frühregen ausgegossen und so erwarte ich auch an dem Tag die Ausgießung des Spätregens. An diesem Tag wird sich dann erfüllen, was wir in Offenbarung 14 bei den Ernteengeln lesen, wo ein anderer Engel aus dem Tempel hervorkam, der rief mit lauter Stimme dem zu, der auf der Wolke saß, sende deine Sichel und Ernte, denn die Stunde des Erntens ist gekommen. An dem Tag wird der erste Ernteengel sein Werk vollendet haben, die Gerstenernte ist eingebracht und der andere Engel in Vers 17, der auch aus dem Tempel kommt, hat auch eine scharfe Sichel und das ist dann die Weizenernte. Da werden dann die Gläubigen aus der untergehenden Welt gerettet. Spannend wird es, wenn wir jetzt die Zeitlinie nach der Flut wieder anlegen. Ja, da ist am 40. Tag das Ende des Sturms, der Regen hört auf, der Sturm nimmt ein Ende, es wird wieder ruhig. Diese 40 Tage sehe ich als eine 40-tägige Sichtung der Gemeinde und dazu einen passenden Bibelfers, denke ich, ist Hesekiel 38, 19 und 23 und ich rede solches in meinem Eifer und im Feuer meines Zorns, denn zur selben Zeit wird ein großes Zittern sein im Lande Israel. Im Englischen heißt es ein Shaking und das ist was im Deutschen für das Wort Sichtung genommen wird. Also, ich will denn herrlich, heilig und bekannt werden vor vielen Heiden, dass sie erfahren sollen, dass ich der Herr bin. Christus hatte seine Jünger ja für die ersten 40 Tage nach der Auferstehung in der neuen Ordnung unterwiesen und so denke ich, werden wir auch von Christus in unserer neuen Ordnung unterwiesen werden und befähigt werden zur Verkündigung. In Early Writings, das sind glaube ich frühe Gesichte im Deutschen, gibt es ein Zitat, wo auch davon gesprochen wird über die Sichtung. Ich fragte nach der Bedeutung der Sichtung, die ich gesehen hatte und mir wurde gezeigt, dass sie durch das klare Zeugnis verursacht wird, dass durch den Rat des treuen Zeugen an die Laodizianer hervorgerufen wird. Dies wird seine Wirkung auf das Herz des Empfängers haben und ihn dazu bringen, den Standard zu erhöhen und die klare Wahrheit auszusprechen. Einige werden dieses klare Zeugnis nicht ertragen. Sie werden sich dagegen auflehnen und das ist es, was eine Sichtung im Volk Gottes hervorrufen wird. Außer bei Noah finden wir auch bei Hiskia einen Bericht, dass das Passa im zweiten Monat gefeiert wird. Im zweiten Chroniker 29 lesen wir dass der Josu Hiskia im ersten Jahr seiner Regierung ist und das heißt im ersten Monat des Jahres da lässt er dann den Tempel reinigen, aber die Priester waren nicht ausreichend geheiligt, sie brauchen nämlich eine siebentägige Reinigung selber, bevor sie im Tempel dienen können und so verzögerte sich die Reinigung des Tempels bis auf den 16. Tag des ersten Monats und sie konnten dementsprechend das Fest nicht so feiern, wie es hätte sein sollen und überhaupt lesen wir aus dem Zusammenhang, dass die Feste lange nicht gefeiert wurden. Hiskia wollte das Volk wieder ermutigen, die Feste zu feiern. Und im nächsten Kapitel lesen wir dann, dass Hiskia Boten aussendet, durch ganz Israel und Judah und auch Ephraim und Manasse werden eingeladen, um das Passafest zu feiern, im zweiten Monat zur bestimmten Zeit. Und wir lesen dann zum Schluss, denn sie hatten es nicht in Menge gefeiert, wie es vorgeschrieben ist. Also das Wort nicht in Menge wird von anderen auch übersetzt, seit langer Zeit. Und jetzt wurde das Fest ausgiebig dann gefeiert sogar. Wenn dies auch eine Endzeit Bedeutung hat, könnte ich mir vorstellen, dass im Rahmen der Sichtung das feste Feiern auch mit eine Rolle spielt. Was ich bei den nachflutlichen Ereignissen am interessantesten fand, ist der 150. Tag, denn dieses Jahr fällt er auf das Laubhüttenfest am achten Tag, was auch der als großer Tag von Christus bezeichnet wird. Und 150 Tage spielen im Buch Offenbarung noch einmal eine wichtige Rolle. Wir finden das in Offenbarung 9, in der fünften Posaune. Da wird davon gesprochen, zweimal gleich, wo diese Heuschreckenschwänze haben wie Skorpione und Stacheln und in ihren Schwänzen lag ihre Macht, die Menschen zu schädigen für fünf Monate. Fünf Monate sind 150 Tage. Wenn ich das jetzt einfüge in unsere Rechnung, können wir dann sehen, dass diese fünf Monate die Zeit sind vom nationalen Sonntagsgesetz bis zur endgültigen Reinigung des Universums von der Sünde, dem Tag, wo Christus dann rechtmäßiger König wird. ganz interessant dazu ist dieses Zitat aus der Broadzeit dann, dann sah ich vier Engel und Jesus war im priesterlichen Kleid bekleidet, also es war noch Gnadenzeit und er ruft mit lauter Stimme Halt, 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 bis die Diener Gottes an ihren Stirnen versiegelt sind. Und dann heißt es weiter, dass die vier Engel von Gott die Macht hatten, die vier Winde zu halten und dass sie im Begriff waren, die vier Winde loszulassen und während sie ihre Mission begonnen hatten, sie loszulassen, also die vier Winde haben schon begonnen zu blasen, blickte das barmherzige Auge Jesu auf den Überrest, der noch nicht alle versiegelt war. Dann erhob er seine Hände zum Vater und fleht ihnen an, dass er sein Blut für sie vergossen habe. Und dann wurde ein anderer Engel beauftragt, schnell zu den vier Engeln zu fliegen und ihnen zu befehlen, zu warten, bis die Diener Gottes mit dem Siegel des lebendigen Gottes an ihren Stirnen versiegelt seien. Ich denke, das haben wir schon gefühlt. Denn nach meinem Verständnis sind die vier Winde die ersten davon schon was gespürt. Feuer und Umweltkatastrophen, Vulkane, ein großer Stern, der brennt vom Himmelfeld. Ich glaube, ich, ist Satan, der sich als großer Arzt zeigt durch die Impfung. Und Wermut hat ähnliche Nebenwirkungen wie die Impfungen, von denen man nicht viel Gutes hört. Und dann die vierte Posaune war in der Vergangenheit Anarchie im Römerreich. Und Anarchie spüren wir jetzt auch. Dieses beginnende Blasen der Winde möchte ich vergleichen mit einem Bibelfers aus Offenbarung 8, Vers 5 und 6. Da heißt es, Und der Engel nahm die Räucherpfannen und füllte sie mit Feuer vom Altar und warf sie auf die Erde. Und es entstanden Stimmen und Donner und Blitze und Erdbeben. Und die sieben Engel, welche die sieben Posaunen hatten, machten sich bereit zu Posaunen. Wenn Posaunen sich einblasen, tun sie das, bevor sie ein Konzert geben, bevor es also richtig losgeht. Und ich denke, wir spüren so langsam die Winde und das können wir auf jeden Fall seit 2017. Das war die Zeit, wo ich aufgewacht bin mit den Feuern in Portugal und auch weltweit. Dieses Feuer vom Altar finden wir auch in Malachi. Und dort wird es beschrieben als das Feuer des Silberschmelzers. Das ist also da zur Läuterung der Söhne Levis und auch von Judah Jerusalem, der ganzen Kinder Jakobs. Ein ähnliches Bild finden wir auch im Hesekielbrief. Hesekiel 9, da ist der Mann in Leinen gekleidet mit einem Schreibwerkzeug an der Seite und er geht durch die Stadt Jerusalem und macht ein Zeichen an die Stirn der Leute, die da seufzen und jammern über die Gräuel, die in Jerusalem verübt werden. Also das Gericht der Lebenden und das geht an Gottes Volk los, also an Jerusalem. Und dann in Hesekiel 10, ein Kapitel später, da ist dieser Mann mit dem leinenden Kleid und ihm wird gesagt, er soll seine Hände füllen mit glühenden Kohlen und sie über die Stadt sprengen. Und dann bekommt er das Feuer, das zwischen den Cherubim war. Ich denke, das ist ein Symbol für den Heiligen Geist, der vom Thron Gottes ausgeht. Der Heilige Geist ist also schon mächtig am Wirken und das Gericht an den Lebenden hat dementsprechend begonnen. Jetzt wollen wir uns der sechsten Posaune widmen, die auch das zweite W ist und die löst die vier Engel. Am Ende von Vers 15 lesen wir, dass sie den Auftrag hat, den dritten Teil der Menschen zu töten und dann heißt es in Vers 18 durch diese drei Plagen wurde der dritte Teil der Menschen getötet. Vers 20 Aber die übrigen der Menschen, die durch diese Plagen nicht getötet wurden, taten nicht Buße von den Werken ihrer Hände. So will ich dann die sechste Posaune auch einfügen in unsere Skizze. Sie beginnt also nachdem Christus der rechtmäßige König wird des Universums und ja ich beende sie um Mitternacht Denn wir wissen von Offenbarung 10 Vers 7 dass in den Tagen der Stimme der siebten Engels wenn er Posaunen wird das Geheimnis Gottes vollendet ist wie er seinen Knechten den Propheten als frohe Botschaft verkündigt hat und das ist nach Mitternacht Sehen wir uns nochmal die sechste Posaune an Ein kriegsähnlicher Zustand wird beschrieben und auch Plagen Jetzt müssen wir verstehen was mit diesen Plagen gemeint ist und dazu habe ich wieder ein Zitat aus Broadside da lese ich ich sah dass der Zorn der Völker der Zorn Gottes und die Zeit des Gerichts über die Toten getrennte Ereignisse waren die eines nach dem anderen kommen ja und dann ein bisschen später ich sah dass die vier Engel die vier Winde festhalten würden bis das Werk Jesu im Heiligtum vollendet ist also die Gnadenzeit ist zu Ende und dann werden die sieben letzten Plagen kommen diese Plagen erzürnten die Bösen gegen die Gerechten und sie dachten wir hätten sie über sie gebracht und wenn sie die Erde von uns befreien könnten dann würden die Plagen aufhören es erging ein Erlass die Heiligen zu töten was sie dazu veranlasste Tag und Nacht um Befreiung zu schreien das war die Zeit der Angst in Jakob diese Zitate aus Early Writings werden uns helfen das besser zu verstehen hier wird über den Beginn der Zeit der Trübsal geredet während Christus noch im Heiligtum ist das ist noch nicht die große Trübsal und da heißt es die Völker werden zornig sein aber in Schach gehalten werden um das Werk des dritten Engels nicht zu verhindern da geht es jetzt um den lauten Ruf und dann am Schluss ich sah dass die Erschütterung der Mächte in Europa nicht wie manche Lehren die Erschütterung der Mächte des Himmels ist sondern die Erschütterung der zornigen Nationen jetzt kommt diese Vision wieder zum Tragen die ich vorhin schon einmal zitiert habe der Wunsch ist diese Könige zu entthronen aber das kann nicht sein denn Könige müssen regieren bis Christus zu regieren beginnt wir sind jetzt aber in der sechsten Posaune und wir haben gezeigt dass die sechste Posaune beginnt nachdem Christus regiert und jetzt springen wir zum letzten Absatz wenn die vier Engel loslassen wird Christus sein Reich aufrichten also jetzt ist die Zeit wo das Reich Christi aufgerichtet wird die Plagen fallen so kann man sagen und das sind die Plagen die diese europäischen Machthaber inszeniert haben um andere Könige zu entthronen und in dieser Zeit der sechsten Posaune kommt es jetzt wie wir schon gezeigt haben zur neuen Weltordnung die Könige geben ihre Macht auf dem Tier in die Hand und diesen zehn Königen die bislang noch kein Königreich hatten wie wir gelesen haben aber da das Chaos und der Krieg so schlimm wird wird es dann auf die Gläubigen geschoben weil sie den siebenten Tag Sabbat halten und nicht das Mahlzeichen des Tieres angenommen haben den Sonntag und so wird dann der Todeserlass danach ergehen in Offenbarung 13 Vers 15 lesen 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 darüber und es wurde ihm verliehen dem Bild des Tieres einen Geist zu geben so dass das Bild des Tieres auch redete und bewirkte dass alle getötet wurden die das Bild des Tieres nicht anbeteten und Offenbarung 17 redet von den zehn Königen welche noch kein Reich empfangen haben erlangen aber Macht eine Stunde mit dem Tier also wieder 15 Tage der universelle Todeserlass zum Schluss ergehen wird gegen die 144.000 um sie umzubringen und den habe ich angesiedelt am großen Tag nenne ich das da beginnt dann die große Angst in Jakob aus der Gottes Volk ja durch die Stimme Gottes es ist geschehen befreit wird über den großen Tag Gottes lesen wir in Zephania 1 nah ist der große Tag des Herrn ein Tag des Zorns ist dieser Tag in Vers 15 ein Tag der Angst und der Bedrängnis ein Tag des Ruins und der Zerstörung ein Tag der Finsternis und des Dunkels ein bewölkter und finsterer Tag ein Tag des Posaunen und Trompeten Klangs wieder die festen Städte und die hohen Zinnen Nummer Offenbarung 6 Vers 17 wird es als der große Tag seines Zorns beschrieben wer kann bestehen das ist das sechste Siegel und in der sechsten Zornesschale wird dann vorbereitet auf den großen Kampf an jenem großen Tage Gottes des Allmächtigen ja die Versammlung in Hamageddon wenn man Zephania 1 Vers 16 anguckt kann man denken dass dieser Tag auf das Fest der Posaun fallen wird das ist der erste Tag des siebten Monats aber da möchte ich mich nicht festlegen in Offenbarung 11 lesen wir von Versen die auch auf die französische Revolution hindeuten und da ihre erste Erfüllung hatten aber ich denke noch mal eine Erfüllung bekommen werden da heißt es nämlich wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben das redet über die zwei Olivenbäume Daniel und Offenbarung würde ich auch mal sagen wird das Tier das aus dem Abgrund herauf steigt mit ihnen Krieg führen und sie überwinden und sie töten das geht also um Todeserlass und dann heißt es drei Tage lang und einen halben werden ihre Leichname nicht in ein Grab legen lassen und dann in Vers 11 geht es weiter und nach den drei Tagen und einem halben kam der Geist des Lebens aus Gott in sie und sie traten auf ihre Füße und eine große Furcht überfiel die welche sie sahen und sie hörten eine laute Stimme vom Himmel her die zu ihnen sprach steigt hier herauf also erst heißt es es ist geschehen das gleiche Ereignis mag sein steigt hier herauf oder das geschieht danach da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher aber da stiegen sie in den Himmel hinauf in der Wolke und ihre Feinde sahen sie und zur selben Stunde entstand ein großes Erdbeben das deutet an sich darauf hin dass dieses Ereignis auch Mitternacht ist denn das ist wo das große Erdbeben berichtet wird und damit sind wir dann bei der siebten Posaune das dritte Wehe und der siebte Engel Posaun zu dieser Zeit das ist Offenbarung 11 und da heißt es in Vers 18 die Völker sind zornig geworden das ist also Vergangenheit jetzt das heißt die Plagen der Posaunen sind hinter uns und dein Zorn ist gekommen also die Zornesschalen Gottes wurden begonnen auszugießen und die Zeit der Toten dass sie gerichtet werden die steht uns jetzt also bevor das sind also die 1000 Jahre und dann zum Schluss heißt es in Vers 19 die Lade des Bundes wurde sichtbar in seinem Tempel und es entstanden Blitze und Stimmen und Donner und Erdbeben und großer Hagel also wir haben hier das Erdbeben und auch großen Hagel das gleiche haben wir auch in der siebten Zornesschale die in Offenbarung 16 beschrieben wird in Vers 17 und da wird dann eine laute Stimme aus dem Tempel des Himmels vom Throne her kommen also der Vater wird sagen es ist geschehen das ist also Mitternacht und da werden wieder Blitze Stimmen Donner ein großes Erdbeben berichtet und großer Hagel Zentner schwerer Hagel und und die Menschen lästerten Gott wegen der Plage des Hagels weil seine Plage sehr groß war und das ist dann auch die Zeit in der Offenbarung 10 zum Tragen kommt Vers 7 da wird berichtet dass der siebte Engel wenn er posaunen wird das Geheimnis Gottes vollendet wie er seinen Knechten den Propheten als frohe Botschaft verkündigt hat in der siebten Zornesschale wird auch das Gericht über Babylon angesprochen was dann ausführlicher beschrieben wird in Offenbarung 18 da heißt es dann an einem Tage werden ihre Plagen kommen und in Vers 10 heißt es wehe wehe du große Stadt Babylon du gewaltige Stadt denn in einer Stunde ist dein Gericht gekommen das heißt also eine Stunde 15 Tage ist das Gericht über Babylon Mitternacht ist dann das große Ereignis wo alles zusammenkommt die 144.000 werden mit der Stimme Gottes es ist geschehen befreit das dritte wehe kommt schnell und der siebte Engel posaunte heißt es und das Gericht über Babylon kommt in einer Stunde diese Stunde sind 15 Tage am Ende dieser 15 Tage wird nach meinem Verständnis das siebte Siegel geöffnet das ist eine Stille im Himmel für etwa eine halbe Stunde das bedeutet sieben Tage die Zeit die benötigt ist für die Heiligen nach der Auferstehung gen Himmel zu fahren mit Christus und dann zum Schluss werden die Tore des himmlischen Jerusalems geöffnet das ist dann am ja am achten Tag am großen Tag wo Christus uns alle willkommen heißt und da heißt es in Offenbarung 14 Vers 1 und 2 und ich sah und siehe das Lamm stand auf dem Berge Ziern und mit ihm 144 tausend die seinen Namen und den Namen seines Vaters auf ihren Stirnen geschrieben trugen und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel wie das Rauschen vieler Wasser und wie die Stimme eines starken Donners das ist das Ende dann der 1335 Tage die Segnung wird über die Erlösten ausgesprochen die 144 tausend haben das Ende der Zeit erreicht das letzte große Drama kommt zu seinem Ende Daniel und Offenbarung dürfen verstanden werden wir lesen in Offenbarung 10 über die sieben Donner im Vers 2 wird berichtet von diesem offenen Büchlein in Vers 3 lesen wir er rief mit lauter Stimme der laute Ruf wie ein Löwe brüllt und da ließen die sieben Donner ihre Stimmen vernehmen sie wurden versiegelt ja es heißt in Vers 4 was die sieben Donner geredet haben wurde versiegelt und Johannes durfte diese Dinge nicht aufschreiben interessanterweise beziehen beziehen sich auf die Zeit wenn der Himmel offen sein wird und die Erlösten den Segen Gottes empfangen der letzte offenbarte Donner ist nach meinem Verständnis der Beginn des Gerichts der Lebenden der in Offenbarung 8 Vers 5 beschrieben wird wo Feuer dann vom Altar auf die Erde geschüttet wird im siebten Volumen des Bibel Kommentars lesen wir sieben Donner haben ihre Stimme geäußert es handelt sich um zukünftige Ereignisse in ihrer Reihenfolge Daniel wird am Ende der Tage zu seinem Erbteil wieder aufstehen Johannes sieht das kleine Buch entsiegelt dann haben Daniels Prophezeiung ihren richtigen Platz in den Botschaften des ersten zweiten und dritten Engels die der Welt gegeben werden sollen und das ist eine Botschaft in Bezug auf die Zeit diese Botschaft beruht nach meinem Verständnis auf die Ereignisse die sich im himmlischen Heiligtum abspielen seit 1844 und das sind Schritte die ich gezeigt habe in einer anderen Präsentation bislang nur auf Englisch und wer des Englischen mächtig ist der kann sich das angucken oder studieren unter Unpacking Compacted Prophecy Eine andere Video die ich gemacht habe kann ich dazu auch empfehlen die gibt ein tieferes Verständnis von Hesekiel 4 und die zeigt den Beginn der Zeitlinien vom 21. April 2019 Wir lesen über die Menschen in Borea sie nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf und sie forschten täglich in der Schrift ob es sich so verhalte und ich möchte meine Hörer auch dazu ermutigen das Gleiche zu tun ihr erforscht die Schriften sie sind es die von mir Zeugnis geben Zeugnis möchte ich nicht von mir selbst geben sondern von Christus unserem Erlöser und ich hoffe auch wenn es nicht so kommen wird dass so ein Studium einen jeden näher zu Christus bringen wird wollen wir noch einmal abschließen unser Haupt neigend zum Gebet großer Gott im Himmel wir danken dir für dein Wort für die Prophetie für das Studium das du uns darin ermöglichst und die Dinge die du uns dadurch offenbaren willst wir brauchen deinen Heiligen Geist für ein besseres Verständnis und wir möchten dich bitten dass du uns beim Studium deines Wortes immer wieder erfrischst durch wunderbare Weisheiten und Wahrheiten damit wir anderen Menschen auch dadurch ein Segen sein können Vater wenn hier etwas ist was Korrektur benötigt korrigiere es nach deiner Güte und Gnade und wir danken dir für deine Liebe und wir danken dir für Jesus Christus unseren Erlöser der noch immer für uns eintritt im Allerheiligsten um uns zu retten habe Dank im Namen Jesu Christi Amen Abschließend kann ich nur noch einladen den Kanal zu abonnieren falls noch etwas Neues kommt dass ich es mitteilen kann Gottes Segen Amen Amen Vielen Dank.